So, da sind wir eben. Da hat man nur einen Schluck getrunken. Das Vieh war echt nah dran, ja? Scheiße. Hört sich aber so an, als ob da noch so eine Zieh oder sowas wäre. Gott, du Gott. Das sieht ja auf jeden Fall so aus, als ob die hier eine Überhausung hatten, oder? Ich will mal kurz gucken, was hier ist. Gar nichts weiter. Gar nichts weiter. Ich bin ein bisschen angespannt die ganze Zeit. Weil ich ja nicht weiß, ob hier noch irgendwas kommt, weil bisher nur Jaguare. Gut, ich meine, ohne fernen Bogen, die wird es echt gut immer aus der Entfernung dann Platt-Margotten. Wäre es schon wieder was ein bisschen was anderes. Ich bin ein bisschen was. Checkpoint. Und da ist schon mal nicht so ein bisschen ein gutes Zeichen. Oh, da hinten sind einige. Oh, da hinten sind's. Okay. 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 Alright. Das war ein Tefer. Irgendwann gehen mir die Fähler aus. Obwohl es ein bisschen hart ist, haben wir noch. Scheiße. 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 Ach, hab ich wahrscheinlich gewusst, wurden die ganzen Ratten gesehen, ne? Ups. Hohoho, eben hat er so ein bisschen gehakt. Ja, was ist jetzt der richtige Weg? Du musst auch sehen, ich da hoch. Oh. Oh. Oh, oh. 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 Die machen so ein Geräusch, Krassi. Ich finde cool, dass das geht. Warum habe ich das eigentlich vor nie benutzt? Ein Feuerfeld. Das sieht so aus, als ob wir rauskämen, oder? Ja. Gehören die zu denen oder was? Geh! 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 Gehen wir jetzt einfach bloß wieder... Hä? Ok... Ähm... Wir stehen auf der gegenüberliegenden Set. So, Ton, 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 Ton. Oh, oh, was kommt da? So ein riesiger Beißfisch. Tschüss. Alter, schäbe ich doch nicht. So, wir haben hier nochmal Ton. Notstein. Ah, da hat das nochmal Ton. Wie sieht's denn momentan aus für unser Dorf? Ähm, Höhlenbären fällt nur noch. Wo haben wir denn hier Höhlenbären? Höhlenbären. Haben wir irgendwas in der Nähe? Oh. Oh, Mensch. So. Ah, es sind ja doch noch einige Meter. Hallo. Die haben relativ wenig XP-Punkte gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wie sich das so unterstellt, so wirklich, weil gut für die mit Maske oder so ist klar, die sind irgendwie ja stärker auch geschützt, dass es da mehr XP gibt, aber sonst haben wir dann, denke ich, auch bei den Normalen mehr gekriegt. Hallo. Oh, da oben. Ach du Scheiße, wo soll ich... Ah! Schwein gehabt. Cool. Das auch noch nebenbei mitgenommen. Und ne Fischkehäte auch gleich wieder. Oder ein Punkt. Ist hier nur ein Punkt. Oh, da oben. Oh, da oben. Oh, da oben. Oh, da oben. Ist das ein Höhenbeer? Ne, achso, das ist so ein Vieh. Okay. Scheiße. Oh. Oh, da ist irgendwie schon die Zeit wieder um. Eigentlich soll hier welcher sein. Ja. Äh, zack. Maut. Was ist das? Achso. Wo denn? Was denn? Nee. Das dürfte der seltene schwarze Löwe gewesen sein. Ich habe zwar keine Ahnung bisher, wofür wir eigentlich die Federn brauchen, aber gut. Ey, ich finde keinen verfluchten Ölenbären, ey. Alles ja immer so, was man braucht, findet man nicht. Äh. Äh. Ach, nur normaler. Scheiße. Ach, Jägerverstöcke, weiß ich nicht, das bringt mir nicht viel, wenn wir dann eh nichts öffnen können. Aber andererseits, komm, lass uns gucken. Oh, oh, oh. Harz! War du Harz! War! War! Jey, cool. Gut, dann geht es hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze bedanke mich. Bis denn her.